Von meinem E-Bike Händler, wo ich mein E-Bike erstanden habe in Dornbirn in Österreich, wurde ich eingeladen an einer kleinen Schnuppertour mit seinen Velo-Bikes teilzunehmen. Ich bin allerdings nur von Meersburg bis Überlinge mitgefahren. Und so ganz flach ohne Dach, es hat Spaß gemacht. Ich konnte die kleine Kiste sogar mal bis auf 85 beschleunigen. Es hat Spaß gemacht, ohne Luftwiderstand zu radeln. Und ich bin um eine Erfahrung reicher, dass man flach ohne Dach auch vorwärts kommen kann. Es hat unheimlich Spaß gemacht mit der Gruppe und in Überlingen haben wir dann noch ganz toll Spaghetti gegessen. Ich glaube, ich mache es wieder.